Vor knapp einem Jahr hat der Mord an dem Investigativjournalisten Peter de Vries für Entsetzen gesorgt. Jetzt beginnt in Amsterdam der Prozess. Angeklagt sind zwei Männer. Die Lano G. soll den 64-Jährigen am 6. Juli 2021 beim Verlassen eines Fernsehstudios niedergeschossen haben. Und sein mutmaßlicher Komplize Camille soll den Fluchtwagen gefahren haben. De Vries hatte sich einen Namen in den Niederlanden gemacht, weil er geholfen hatte, Kriminalfälle aufzuklären. Zuletzt war er der wichtigste Kronzeiger in einem Prozess gegen einen mutmaßlichen Drogenboss im Nachbarland Deutschlands gewesen. Jetzt also Prozessbeginn gegen die mutmaßlichen Mörder. Helmut Hetzel aus Den Haag zugeschaltet. Wenn wir vielleicht erst einmal darauf schauen, was steht da an zum Prozessauftakt? Also die Anklage ist ganz wichtig. Die beiden Angeklagten, Delano G., der 22-jährige Niederländer, ist angeklagt wegen Mordes. Er wird verdächtigt. Peter de Vries war einem Jahr am 6. Juli abends um 19.30 Uhr mitten in Amsterdam erschossen zu haben, niedergeschossen zu haben mit fünf Schüssen. Und Peter de Vries ist neun Tage später, am 15. Juli letzten Jahres, an den schweren Verwundungen gestorben. Also die Anklage gegen Delano G., dem 22-jährigen Attentäter, mutmaßlichen Attentäter und Mörder, die lautet Mord. Und der andere Angeklagte ist ein 36-jähriger Pole, Kamil E. Kamil E. hat als Chauffeur fungiert und hat das Fluchtauto gefahren, mit dem die beiden dann nach dem Anschlag geflohen sind. Und der Pole, Kamil E. ist mehrfach vorbestraft. Er wird angeklagt wegen Beihilfe zum Mord. Das ist die Ausgangslage dieses Prozesses, der in Holland hier und Den Haag sowieso und in Amsterdam mit ganz großer Spannung erwartet worden ist. Die Niederlande, sie gelten als tolerant, sie gelten als liberal. Und man muss es aber so formulieren, wieder ist ein Journalist erschossen worden und zwar auf offener Straße. Wie kann das in diesem Land eigentlich sein? Ja, das ist sehr erschreckend und das ist ja kein Einzelfall. Journalisten hier in den Niederlanden, die werden regelmäßig inzwischen bedroht. Auch ich persönlich habe schon Morddrohungen erhalten, weil ich in einer Talkshow, einer niederländischen Talkshow, mich kritisch über den Islam ausgelassen habe. Wir Journalisten sind immer mehr Opfer von Drohungen und Morddrohungen. Und im letzten Report, der Reporter ohne Grenzen, ist Holland auf der Liste der Länder mit der größten Pressefreiheit um über 20 Plätze gesunken auf Platz 26. Im letzten Jahr standen sie auf Platz 4. Also er sagt eine ganze Menge über das veränderte politische Klima hier in diesem Land. Und vor allem wir Journalisten sind im Visier, im Fadenkreuz von bestimmten Leuten, die nicht haben wollen, dass es eine freie Presse und freie Meinungsäußerung in diesem Land gibt. Herr Mutetzer, Sie werden natürlich ganz genau auf diesen Prozess um den Mord an Peter de Vries für uns beobachten. Danke Ihnen für das Gespräch nach Den Haag. Bitte schön.